Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Jürgen Elsässer wird morgens aus dem Schlaf gewacht, steht müde vor der Tür. Ein Einsatzkommando steht dort, seine rechte Zeitschrift kompakt wird verboten. Und wenige Tage vorher wird ein sehr ikonisches Foto von einem Anschlag auf Donald Trump aufgenommen. Das ist in der letzten Woche passiert. Herzlich willkommen zu Hyperpolitik. Hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Und ich glaube wirklich, diese Woche hatte es in sich. Ich frage mich ja jede Woche, ob es genug Material gibt für Hyperpolitik. Ich stelle mir dann so die Frage, was wird diese Woche passieren? Was nimmst du mit in die Folge? Und tatsächlich in dieser Woche sind jetzt diese beiden Themen aufgetaucht, wo absolut klar ist, kaum etwas steht so sehr für Hyperpolitik. Insofern, ja, nochmal kurz vor der Sommerpause sehr bewegte Bilder. Und wir fangen eben an mit dem Verbot des Kompakt-Magazins. Das ist insofern auch besonders für uns als linkes Magazin, weil man sich natürlich sofort fragt, oh je, was bedeutet das für uns? Was müssen wir dazu sagen? Und vielleicht, um erstmal die Szene zu erläutern für die, die es nicht mitbekommen haben. Also, Jürgen Elsässer. Ich habe ihn jetzt gestern Abend nochmal länger recherchiert, seinen gesamten Lebenslauf recherchiert. Das ist wirklich eine sehr fulminante Persönlichkeit und Person, nochmal viel, viel stärker als der Rainer Zittelmann, den ich in der letzten Woche besprochen habe, der ja vom Marxisten zum Rechtslibertären geworden ist. Ich glaube, Jürgen Elsässer hatte so ziemlich die krasseste Wandlung durchgemacht, vom Antideutschen zum Antiimperialisten und wieder zum Querfrontler krassen, sehr, sehr, also das Kompakt-Magazin eines der rechtsextremistischen Blätter. In der Bundesrepublik schon seit mehreren Jahren eben eine krasse Wendung vollzogen. Und das Kompakt-Magazin wurde jetzt verboten. Nancy Fazer, die Innenministerin, hat verkündet auf X. Ich habe das Kompakt-Magazin verbieten lassen. Dann gingen die Bilder durchs Internet und durch die Zeitungen eben, dass Jürgen Elsässer morgens im Bademantel geweckt wird und nicht direkt seine Zeitschrift verboten wurde, das ist jetzt ein wichtiger Kniff, um zu verstehen, was passiert ist, sondern seine GmbH dahinter. Das heißt, das Vereinsrecht greift. Ich bin jetzt keine Juristin, aber habe das insofern verstanden, als dass nicht ein Medium per se verboten werden kann, beziehungsweise nicht auf diese Art und Weise, sondern eben das dahinterstehende Unternehmen, weil offenbar genug Beweise gesammelt wurden, um zu zeigen, dass es sich um ein rechtsextremistisches und antisemitisches Blatt handelt. So weit der Stand, was passiert ist. Nancy Fazer begründet das natürlich mit dem Schutz der Demokratie und sagt, wir müssen, wenn es so ein rechtsextremistisches Blatt gibt, auch uns selbst schützen und es verbieten können. Es gibt jetzt zwei Probleme. Und genau das hatten wir auch schon bei dem AfD-Verbot. Und das gilt jetzt auch so ähnlich hier bei diesem Verbot des Kompakt-Magazins, dass ohne Frage, wer einmal einen Blick drauf geworfen hat, Kompakt liegt in vielen Kiosken aus, ohne Frage da drin aufgerufen wird zum Umsturz der demokratischen Institutionen. Also, dass das Kompakt-Magazin nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, ist, glaube ich, für alle, die schnell reingucken, klar. Die Frage ist nur, auch rein juristisch kann man, weil die Meinungs- und Pressefreiheit ein hohes Gut ist, in der Bundesrepublik kann man so eine Zeitschrift dann verbieten. Der Umweg über das Vereinsrecht zeigt schon, dass es nicht so ganz so einfach ist. Wahrscheinlich gibt es gute Juristinnen und Juristen im Innenministerium. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass Gerichte jetzt eben auch dieses Verbot wieder kippen. Das heißt, es ist eine sehr schon juristisch schwierige, fragwürdige Angelegenheit. Wie gesagt, ich kann das als Nicht-Juristin nicht vollständig bewerten. Aber wenn es jetzt, und Jürgen Elsisse hat wahrscheinlich auch gute Anwälte, wenn es jetzt wieder in die Revision geht, wenn das bearbeitet wird und es tatsächlich wieder kippen könnte, wäre das natürlich ein krasser Rückschlag, nicht nur einfach für Nancy Faeser, sondern dann würde man sich in ein juristisches Verfahren begeben, was extrem kompliziert wäre, weil das natürlich trotzdem ein Eingriff auf die Pressefreiheit ist, weil man sich jetzt darauf beschränkt hat, das Vereinsrecht zu nutzen. Und das ist so ähnlich wie bei dem AfD-Verbot, wo ich das auch schon gesagt habe, man zieht sich in eine lange juristische Frage hinein, die man eigentlich politisch beantworten müsste. Also der Vorwand oder die Idee, man könnte ein politisches Problem juristisch klären, was ein Prozess ist, den wir jetzt schon seit Jahren erleben, die Juridifizierung von Politik, also die Verschiebung von politischen Problemen in die juristische Ebene ist etwas, was Nancy Faeser einerseits tun muss als Innenministerin, sind das die Werkzeuge, mit denen sie arbeitet. Gleichzeitig zeigt es eben auch, wie zahnlos die Bundesregierung oder wie machtlos sie ist, gegen zum Beispiel rechte Hetze, egal ob es im Internet ist oder gedruckt oder im Parlament, weil sie eben etwas anwenden muss, was sie eigentlich gar nicht anwenden kann und dadurch jetzt in Grundrechte eingreift, was per se einfach schon mal eine juristische Grauzone ist. Insofern betritt sie da ein Gebiet, was generell für sie auch unsicher ist und wo man einfach juristisch gar nicht sagen kann, ob sich so ein Bumerang-Effekt einstellen wird, nämlich dass vielleicht sogar aus diesem Verbot heraus ein Sieg von Jürgen Elsässer sich wieder einstellen könnte, ebenso wie beim AfD-Verbot es eben sein könnte, wenn man es einmal anstrengt und die AfD als Siegerin eines solchen juristischen Prozesses hervorgeht, dass sie dann sogar gestärkt ist. Aber die viel wichtigere Frage neben dieser juristischen, die wir jetzt nicht abschließend beantworten können, ist, und das hat mein früherer Kollege Nils Schniederjan, mit dem ich ja vorher gemeinsam diesen Podcast gemacht habe, und manchmal ist es so, als wäre er da noch im Raum. Heute Morgen habe ich dann seinen Kommentar im Deutschlandfunk dazu gehört, der auch sagt, die wesentlich wichtigere Frage ist die politische, nämlich ist es wirklich klug, kurz vor den ostdeutschen Landtagswahlen, wo wir wissen, dass die AfD vermutlich sehr, sehr stark abschneiden wird, wo alle über einen Rechtsruck sprechen, wo das Kompakt-Magazin sehr breit gelesen wird, ist es in einem solchen Moment wirklich klug, ein Verbot auszusprechen oder ein Verbotsverfahren der AfD anzustreben, indem man dann eigentlich das bestätigt, was sie selbst schon sagen, nämlich, dass die liberale Grundordnung Meinungen unterdrückt, dass wir in einer Meinungsdiktatur leben, Cancel Culture und so weiter. Alle rechten Kampfbegriffe, die ja sowieso schon bedient werden, werden ja im Grunde jetzt bestätigt und gesagt, hier wird dieser arme Mann aus dem Schlaf gerissen und steht im Bademantel da, was könnte er tun? Natürlich handelt es sich um extreme Ansichten in dieser Zeitschrift, aber ist das das politisch wirksamste Mittel, um solche Zeitschriften klein zu halten? Natürlich eigentlich nicht. Also eigentlich bestätigt das genau den Vorwurf, den man sowieso schon hat. Dadurch machen sich die Rechten natürlich extrem immun und die Argumentation ist ja auch, die Finanzflüsse zum Beispiel an eine solche GmbH zu unterbinden, aber die Wirksamkeit von solchen rechten Medien wird das natürlich nicht unterbinden. Also man kann sehr schnell einfach eine neue GmbH gründen und eine neue Zeitschrift gründen, die dann vielleicht nicht den Namen hat und die Verbreitung hat, aber man wird durch so ein Verbot einfach rechte Medien als solche natürlich nicht unterbinden können und rechtes Gedankengut schon mal gar nicht. Und wir leben in solchen Zeiten, wo wahrscheinlich schneller eine WhatsApp an den Familienchat geschrieben wird, als uns lieb ist. Das heißt, man kann für kurze Zeit sicherlich eine Auflage von einem so großen Magazin unterbinden, aber die Rechtsentwicklung, die man insbesondere im Osten schon hat, dadurch nicht aufhalten. Das heißt, man sieht eben, wie gesagt, wie zahnlos eine liberale Bundesregierung dann auch ist in einem solchen Moment und man fragt sich, ob es politisch so sinnvoll ist und gleichzeitig, das ist jetzt ein witziger Clou, dass ausgerechnet Julian Reichelt, den ich ja wirklich, den ich ja auch schon aufs Korn genommen habe, schon häufiger als einer der rechten Medienmacher unserer Zeit, der wie Tucker Carlson versucht, ja wirklich auf sehr, sehr unangenehme Weise zu hetzen in seinem eigenen Medium. Und er hat gerade ja einen kleinen Beef mit der Taz und hat dann gesagt, naja, also wenn jetzt das Compact-Magazin verboten werden kann, könnte man mit der gleichen Begründung auch morgen die Taz verbieten. Soweit ist es, glaube ich, nicht. Die Taz steht unangenehmerweise sehr, 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 sehr stark auf dem Boden der liberalen Grundordnung. Deswegen glaube ich, dass die Taz nicht das richtige Angriffsziel ist und ein bisschen verfehlt ist. Aber wir als linkes Medium sollten uns schon auch trotzdem fragen und auch als sozialistisches Magazin, die zum Beispiel die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland infrage stellen, nicht zu einem gewaltbereiten oder nicht zu Gewalt aufrufen und trotzdem aber natürlich auch immer mal wieder aus liberaler Perspektive am Rand stehen. Wir fragen uns natürlich dann auch, okay, sollten wir befürworten, dass ein rechtes Magazin verboten wird, weil wir wissen, auch aus der Geschichte heraus wissen, dass Verbote von Meinungsfreiheit, von Pressefreiheit, von Versammlungsfreiheit, alle diese Grundrechte die meiste Zeit immer Linke oder Sozialistinnen und Sozialisten getroffen haben oder Kommunisten. Und deswegen wissen wir aus der Geschichte heraus, dass solche grundsätzlichen Verbote, wenn sie einmal etabliert sind, schnell auch gegen andere politische Andersdenkende angewendet werden, eben meistens gegen Linke. Deswegen gibt es sofort so ein Störgefühl, auch Sebastian Friedrich hat das schon so geäußert, dass also viele Linke haben sich jetzt wirklich gefreut über dieses Kompakt-Magazin-Verbot. Ich hatte ehrlich gesagt wirklich eher sofort dieses Störgefühl und dachte, erstens, ich glaube, das hilft einfach nichts gegen Rechts. Und zweitens, wenn einmal so ein Verbotsverfahren auch gegen eine GmbH angestrengt wird, unter anderen politischen Kräfteverhältnissen, in vier, fünf Jahren, lass es eine CDU-AfD-Regierung sein, kann man mit der gleichen Begründung auch linke Magazine verbieten. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, darüber zu jubeln, denn, again, Liberale haben nichts anderes als eben dieses juristische Handwerkszeug und es ist in den Händen anderer extrem, extrem gefährlich. Insofern, ja, ist es, ich glaube, keine Feierstunde der Demokratie, sondern eher ein Armutszeugnis, dass das nötig geworden ist. Und wenn sich dieser Bumerang einstellt, dann könnte das eben sogar noch dazu führen, dass die Rechten daraus gestärkt hervorgehen. Und gerade in diesem Moment, wir werden es am 1. September und am 20. September sehen, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, was uns da erwartet. Und weil es einfach so schön war, bleiben wir bei den Rechten und bei Verschwörungstheorien und auch dem wunderbaren Zusammenspiel von Hyperpolitik und dem, was man das postfaktische Zeitalter nennt. Denn sicherlich habt ihr auch alle mittlerweile tausende Male schon den Video, das Videoclip, den Clip gesehen, wie Donald Trump angeschossen wird. Er steht auf einer Rallye in Milwaukee. Niemand weiß, wo das ist, aber ist auch egal. Er macht eine Rallye zur Präsidentschaftskandidatur, wichtiger Swing State, Er tausend wie eine, wie hundert andere Rallyes und steht dort und man sieht, wie er angeschossen wird. Er streift eine Kugel sein Ohr. Er fällt zusammen, er geht nach unten, die Security kommt, wirft sich über ihn und er steigt wieder empor. Sie wollen ihn schützen. Er reckt die Faust nach oben und es entsteht das ikonische Foto von seinem blutenden Ohr mit der Faust nach oben. Und er schreit Fight, sodass auch mein Sohn gefragt hat, was, also erstens, wer ist dieser Mann? Und zweitens, was sagt er da? Und warum wird das jetzt während des EM-Finales, wird jetzt, kommt ein Brennpunkt zu fucking Donald Trump? Das hat meinen Sohn besonders beschäftigt. Und ja, warum entsteht dieser Brennpunkt? Warum ist das wichtig für die Welt? Weil es eben ein Anschlag ist auf einen Präsidentschaftskandidaten, der etwas tut, was eben untypisch ist und was für den Instinkt von Donald Trump spricht. In diesem Moment, wo er angeschossen wird, steht er auf und dieses ikonische Foto entsteht, wo man jetzt schon sagen kann, unabhängig davon, wie man es ansonsten politisch bewertet, dass das Foto an sich vermutlich das Foto des Jahres wird, weil man es gar nicht anders hätte stellen können. Also mit der, es ist die US-amerikanische Flagge über ihm. Die Security stellt sich neben ihn auf, beschützt ihn. Es ist alles wirklich wie gemacht. Er hat diese Faust nach oben, diesen sehr, egal ob man es mag oder nicht, aber auf jeden Fall diesen sehr wirren, stoischen Blick. Und man sieht ihm einfach an, so, das ist die Widerstandspose, sodass viele Kommentatorinnen und Kommentatoren, da bin ich jetzt wirklich nicht, das ist jetzt kein Hot Take, gesagt haben, okay, damit ist die Wahl gewonnen. Und was im Anschluss passiert ist, ist nicht nur, dass es Brennpunkte gab und tausende Nachrichten, sondern sich über das Internet eine Reihe an Erzählungen darüber ergossen hat, ist das jetzt ein Fake oder nicht, weil das tatsächlich so eine perfekte Situation ist. Genau vor dem Wahlparteitag der Republikaner in einem Moment, in einem entscheidenden Moment, wo es Bilder gibt von Joe Biden, der nicht mehr sprechen kann, der vermutlich an Demenz erkrankt ist. Auch das haben wir bei Hyperpolitik schon besprochen. Und diese Gegenpose von Trump lädt natürlich krass dazu ein, sich zu fragen, kann das überhaupt echt sein, ist das nicht gestellt. Das heißt, es gibt jetzt tausende Videos, die versuchen, das eine zu beweisen oder das andere. Ich habe mir davon auch sehr, sehr viele angesehen, also muss er nicht gewusst haben, dass es Schüsse gab an sein Ohr, die Security, hätte sie sich nicht anders verhalten, Leute im Publikum, die sich so verhalten haben, dass sie sich schon geduckt haben vorher und so weiter und so fort. Also tausende Hinweise, wie das bei jedem solcher Vorfälle ist, dass es erst mal eine Reihe an Erzählungen darüber gibt, ob es echt sein kann. Das ist jetzt nicht das erste Mal bei diesem Anschlag so. Das ist Verschwörungserzählungen oder zumindest die Frage, ob es gestellt ist oder nicht. Das ist das Gleiche wie am 11. September. Das war schon bei der Ermordung von JFK so, dass man nicht ganz weiß, wer hat es gestaged oder nicht. Oder ist es echt passiert, weil man auch zu wenig über den Täter weiß und so weiter und so fort. Mir geht es jetzt nicht darum, weil wir werden nicht hier im Keller an Kreuzberg klären, ob das ein Fake ist oder nicht. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie man das politisch bewertet. Also die Wahrheit oder Fakt ist, dass es fast egal ist, wo die Wahrheit liegt. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Und selbst wenn wir es rausfinden würden, ist das Foto schon entstanden, ist die Pose schon entstanden, ist das Bild schon millionenfach um die Welt gegangen. Und das ist fast der entscheidendere Punkt. Also der Wahrheitsgehalt dieser Szene ist nicht das Entscheidende. Und das steht eben dafür, das, was ich vorhin meinte, dass hier die Phase des Postfaktischen zusammengeht mit dem Hyperpolitischen. Also dass die Frage, wie es passiert ist, wie die Inszenierung war, wie ikonisch das Foto war, viel, viel entscheidender ist als die Frage, ob es echt ist oder nicht. Also Trump ist sowieso die Figur, muss man wirklich sagen, und das bestätigt sich auch jetzt wieder, ist die Figur, das hat mal eine Kollegin geschrieben beim Argument gesagt, des Kayfabe, also des eigentlich, des Vortäuschens, wie das beim Wrestling so ist. Die Zuschauer wissen, wie beim Wrestling, dass es Fake ist. Das ist kein echter Kampf, die Leute schlagen sich nicht wirklich. Also sie schlagen sich schon, aber es ist eine, es ist im Prinzip ein Fake, aber alle wissen es auch. Man konsumiert es trotzdem. Man würde trotzdem zum Wrestling gehen, obwohl man das weiß, vielleicht sogar gerade, weil man es weiß. Man weiß, dass Donald Trump und wahrscheinlich wissen auch die tiefsten Gläubigen, die ihn jetzt für einen Halbgott halten, wissen, dass er es nicht ist. Aber man möchte daran glauben. Und diese ikonische Haltung und Figur passt dazu. Das heißt, vollkommen egal, ob jetzt die Republikaner und diejenigen, die ihn toll finden, vielleicht sogar die, die ihn gar nicht toll finden, alle glauben mit an diese Inszenierung. Das heißt, jeder, der jetzt geschrieben hat, damit ist die Wahl gewonnen, trägt dazu bei, das ist wie so eine self-fulfilling prophecy, trägt dazu bei, dass es auch tatsächlich passiert. Also das ist der, ich würde sagen, so der psychologische, der menschliche Faktor da drin. Neben allem, dass er viel Geld hat und dass er natürlich einfach auch sich diese Wahl mit erkaufen kann. Das sind diese ganzen materiellen Hintergründe seines Erfolgs. Aber dieser Effekt, der sich schon bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur eingestellt hat, der wird jetzt noch einmal, und man hätte es gar nicht glauben können, dass er es selbst noch mal toppen kann, aber tatsächlich durch dieses Foto hat er es noch mal getoppt, auf eine Stufe gestellt, wo, wie gesagt, die Wahrheit überhaupt nicht mehr zählt, sondern eigentlich für alle ersichtlich ist, für die ganze Welt ersichtlich ist. Schau dir dieses Foto an, schau dir eine Szene an, ein Foto von Joe Biden an und damit ist es eigentlich entschieden. Und alle sprechen eben nur über das Foto selbst und über die Inszenierung selbst und nicht mehr über die Politik, die dahinter steht. Ich hatte ja auch schon in einer der letzten Folgen gesagt, auch bei den Demokraten ist der Unterschied zwischen Donald Trump und Kamala Harris jetzt nicht so sehr groß. Das heißt, es würde auch nichts Wahnsinniges verändern, wenn die Demokraten jetzt noch eine andere Präsidentschaftskandidatin einsetzen würden. Die politischen Verhältnisse sind damit jetzt relativ geklärt. Und was halt viel zu kurz kommt, und das ist auch das, was für Hyperpolitik steht, weil wir uns sehr auf dieser Oberfläche der Bildsprache aufhalten und des Diskurses und so weiter, was es eigentlich politisch bedeutet darüber. Das sinkt jetzt so langsam ein. Auch bei uns als Linke muss man sich fragen, was passiert jetzt bei einer zweiten Präsidentschaftskandidatur von Trump? Fallen wir wieder in die gleichen oder gehen wir wieder in die gleiche Falle? Und das passiert jetzt auch schon wieder zu sagen, er ist ein Faschist und es wird der Faschismus anbrechen. Die erste Präsidentschafts-, die erste Legislatur hat eigentlich gezeigt, dass das nicht der Fall war. Also wie verhalten wir uns dazwischen zu sagen, wir nehmen es ernst, weil Donald Trump ist nicht einfach irgendein Präsidentschaftskandidat, aber er ist eben auch nicht der pure Faschist. Es wird jetzt nicht der Bürgerkrieg ausbrechen. Das sind alles so hochdramatische, auch Kommentatoren, die das sagen, auch im Öffentlich-Rechtlichen sagen, was, glaube ich, überhaupt nicht dazu beiträgt, zu verstehen. Was für ein Typ er ist. Also wie in Argentinien muss man ja eher sagen, er ist eine neue Figur, die eher ein sehr erratischer, vielleicht in Teilen faschistoider Geschäftsmann ist. Viel mehr als er irgendwie jetzt ein neuer Hitler ist oder so. Und deswegen ist auch der Vergleich davon, dass dieser Anschlag eine Form von Stauffenberg gegen Hitler ist. Das ist alles sehr, sehr übertrieben. Und wir sorgen mit dieser hohen Dramatik auch dafür, dass wir überhaupt nicht ernst nehmen, was eigentlich dahinter passiert. Was nämlich wahrscheinlich das Dramatischste wäre an einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump, neben den innenpolitischen Fragen, die genauso wie beim letzten Mal, wo man sagen muss, Bürgerrechte werden vermutlich beschränkt oder zumindest beschnitten, gerade auch von Minderheiten und von Frauen. Das muss man sicherlich sagen, dass es einen konservativen Backlash weitergeben wird. Aber außenpolitisch vor allem, und das ist auch das, was jetzt Europa in Bedrängnis bringt, wird Donald Trump, der sich selber inszeniert als der Friedensbringer, ähnlich wie Viktor Orban, der ein großer Fan von Donald Trump ist, die beiden werden für sich in Anspruch nehmen, Frieden zu bringen in der Ukraine, was de facto bedeutet, die Ukraine wahrscheinlich nicht mehr in der Weise zu unterstützen. Das heißt, es gibt einen enormen Druck, dann Verhandlungen für ein Kriegsende aufzubauen. Das ist jetzt nichts, also man wünscht sich keine Trump-Administration, damit das passiert. Aber ich will nur sagen, das hat geopolitische Konsequenzen, weil Donald Trump eine Linie verfolgt, die Ukraine nicht weiter zu unterstützen, Israel aber schon sehr, sehr stark. Das heißt, was außenpolitisch vor allem sich vermutlich ändern wird, ist eine eher Eskalation in Gaza, weil er sehr, sehr stark die israelische Regierung unterstützt, dafür eben viel, viel weniger. Die ukrainische und sich vermutlich als Verhandler mit Putin in Szene setzen will, ob er es tatsächlich tut, ist die Frage. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie sich dann das Verhältnis zu China entwickeln wird. Also wird er an der Handelspolitik von Joe Biden festhalten, wird er an den Zöllen festhalten, wird er sich gerieren als der große Geschäftsmann, der mit China Frieden schließt. Das alles sind extrem, extrem folgenreiche Entscheidungen, viel, viel folgenreicher als das, was wir jetzt eben besprechen zu diesem Foto, weil das für die gesamte Welt eben ein enormer Umschwung ist. Und das ist wirklich der größte Unterschied zwischen jetzt, Stand jetzt, de facto, Republikanern und Demokraten, was wird er außenpolitisch machen? Und da er so erratisch ist und da das auch schon in der ersten Präsidentschaft überhaupt gar nicht klar war, jetzt sich aber durch die Kriege und durch die Zuspitzung der Kriege, hat sich die Weltsituation einfach so verändert, dass jemand wie Donald Trump, der komplett, von dem man wirklich nicht ganz weiß, was er morgen tun wird, bringt nochmal einen Faktor da rein, der tatsächlich komplett verrückt wird. Und das Gefühl von Unsicherheit in der Welt, aber jetzt auch bezogen auf unsere Gesellschaften, noch einmal enorm erhöhen wird, weil wir eben nicht wissen, nicht damit rechnen können, was da passiert. Insofern ist das, neben allem anderen, was jetzt eben verrückt ist an diesen Szenen, das, was sehr, sehr tiefgreifend sein wird und wo ich glaube, dass auch noch viele nicht ganz abschätzen, was das im November verändern wird. Jedenfalls sind die Chancen, dass Donald Trump erneut Präsident wird, ich würde sagen, da müssen wir kein Wettbüro sein, um 130 Prozent gestiegen. Und ja, wir werden es weiter beobachten, aber diese Szene, ich glaube, wenn ich jetzt schon auf den Jahresrückblick vorgreifen möchte, ist definitiv eine Szene, die etwas verändert hat, for the better or worse. Und ja, mit diesem tollen Ausblick auf das nächste Jahr, ich will euch jetzt ja nicht depressiv zurücklassen, denn es ist gleichzeitig vielleicht für euch, aber vor allem auch für mich, der letzte Arbeitstag vor den Sommerferien. Es ist auch der letzte Schultag in Berlin zumindest. Und wenn ihr auch in die Sommerferien geht, so wie ich, dann erinnert euch daran, dass die Sommerferien eine sozialistische Erfindung sind. Es gibt einen wunderbaren Jacobin-Artikel von David Broder dazu, den ich euch nur empfehlen kann, noch mal nachzulesen. Wir danken der französischen Arbeiterinnenklasse, wir danken aber sowieso allen Streikenden in der Geschichte, denn tatsächlich nicht nur die Sommerferien sind eine sozialistische Erfindung, sondern Urlaub schlechthin. Urlaub, Feiertage, alles das wurde erkämpft. Nichts davon haben wir jemals geschenkt bekommen, nicht von Donald Trump, aber auch nicht von Joe Biden oder von irgendwem. Das heißt, wenn ihr am Strand liegt, wenn ihr ein gutes Buch liest, ihr könnt gern in den Kommentaren schreiben, welches Buch ich mir für den Strandurlaub noch besorgen soll. Das wäre tatsächlich wichtig. Gern Romane oder auch Sachbücher. Die rezensiere ich dann auch. Und wenn ihr jedenfalls am Strand liegt, egal wo, oder am Badesee oder einfach am Garten, dann denkt da dran, dass diese freie Zeit erkämpft werden musste. Und dann könnt ihr als nächstes in die Gewerkschaft eintreten und euch fragen, wo ihr als nächstes mitstreikt, um für unser gemeinsames Recht einzustehen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen schöne Sommerferien. Hyperpolitik wird es natürlich weiterhin geben, vielleicht in einer etwas niedrigeren Frequenz, je nachdem, wie wir hier das aufnehmen können. Ich werde es euch wissen lassen. Nächste Woche geht es auf jeden Fall erst mal weiter. Aber eben im Sommer, wir kommen alle ein bisschen runter und machen ein bisschen weniger. Ich wünsche euch einen wundervollen Sommer, schöne Sommerferien und bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.